Grüß euch, ich bin's wieder, euer Vorlehrer Simon. Vielleicht habt ihr es ja am Mittwoch unsere ersten Videos schon angeschaut. Zusätzlich zu den Videos, am Mittwoch werden wir euch jeden Freitag ein schnell erklärt Video präsentieren, in dem wir euch ganz kurz und knackig verschiedene Themen näher bringen und unser erstes Thema heute ist, wie man während der Fahrt feststellen kann, auf welcher Seite sich der Tankdeckel befindet. Die meisten Fahrzeuge haben eine Tankanzeige beim Tacho, die findet man bei diesem Fahrzeug hier, also das ist die Tankanzeige und da kann man jetzt auch sehen, auf welcher Seite sich der Tankdeckel befindet und zwar hier seht ihr ein Zapfsäulensymbol und bei diesem Zapfsäulensymbol ist hier so ein kleiner Pfeil und genau dieser Pfeil zeigt auch, auf welcher Seite sich der Tankdeckel befindet. In diesem Fall zeigt der Pfeil auf die rechte Seite, somit wissen wir während der Fahrt, dann kann man da her schauen, der Tankdeckel befindet sich rechts, wenn ich jetzt auf die Tankstelle hinfahre, brauche ich nur mit der rechten Seite hinfahren und kann somit mein Fahrzeug problemlos bedanken. Das war es schon mit unserem ersten schnell erklärt Video. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.